Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Quick Tutorial, dem ich euch heute ein 2 Block breites, beliebig oft teilbares, erweiterbares Silo Lager System vorstellen möchte, was du eventuell schon aus meiner SMP Serie kennst. Das Design ist super simpel, kompakt und einfach nachzubauen gehalten, d.h. ihr könnt hier beliebig viele Kisten nebeneinander mit einem Block Abstand lagern und das nach oben erweiterbar. Ein weiterer Vorteil dieses System ist es, dass du hier eine Anzeige hast, wie viele Items sich hier im System befinden, d.h. wenn eine Kiste voll ist, geht eine Lampe aus. Von hinten seht ihr, dass das System super kompakt und einfach gehalten ist und das Designerzustand nicht von mir, sondern von SZ Paddy und der Link zu ihm findest du oben im Infocard oder unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Tutorial. Los geht's, indem ich euch zeige, wie ihr zwei oder mehr Silos nebeneinander bauen könnt, denn hier gibt es eine Kleinigkeit zu beachten. Los geht's, indem wir zwei Kisten mit einem Block Abstand nebeneinander setzen, dann setzen wir einmal hier vorne und hier vorne einen Hopper hin, an diese schließen wir weitere Hopper an, sodass diese in die jeweiligen Kisten zeigen. Nun nehmen wir uns normale Kisten, lassen diese von hier hinten nach außen zeigen und wenn wir jetzt hier vorne hingehen, können wir links und rechts jeweils wieder einen Hopper setzen, der in die Kiste zeigt. Nun müssen wir aufpassen, wir nehmen hier vorne eine normale Kiste und hier müssen wir nun eine Trap Chest nehmen, sodass wir diese direkt nebeneinander platzieren können. Weiter geht's, indem du hier und hier jeweils wieder einen Hopper drauf stellst, hier wieder eine normale Kiste platzierst und so kannst du jetzt das System beliebig hoch stacken und hier müsst ihr abwechselnd immer eine normale Kiste und eine Redstone Kiste nehmen. Nachdem ihr das gemacht habt, müssen wir nun einmal für den Signal Output sorgen. Dazu setzen wir auf die untersten beiden Hopper jeweils hier einmal einen Redstone Comparator hin, welcher erkennt, ob sich Blöcke in der Kiste befinden und das machen wir auch an diesen Stellen, das heißt an den Hoppern, welche hier nach innen zeigen, setzen wir nun weitere Blöcke hin und das gleiche machen wir auch einmal an dieser Stelle. Nun setzen wir hier und hier jeweils einen Redstone Comparator hin, das gleiche machen wir auch an dieser Stelle. Von der Position hier vorne kann das etwas schwierig sein, das heißt du musst hier und da teils die Kiste abbauen, aber wenn ihr das so gemacht habt, haben wir nun einmal alle Signale von den Kisten rausgenommen und diese müssen wir nun an das Item Display weitergeben. das heißt wir gehen jetzt hier vorne hin, setzen eine Reihe mit soliden Blöcken hin, das gleiche machen wir auch an dieser Stelle, nun machen wir es auch hier vorne, aber wir müssen hier einen Block Abstand lassen, sodass wir die Kiste weiterhin öffnen können. Nachdem wir das jetzt auch auf beiden Seiten einmal gemacht haben, können wir hingehen und nun die Signale rausnehmen. Das erste Signal trifft hier vorne auf diesen Block, dann trifft hier das nächste drauf und so können wir uns nach oben bauen, hier genau das gleiche Spiel und wenn wir jetzt hier vorne die Redstone Lampen anbringen, seht ihr leuchten die und sobald wir jetzt eine Kiste mit Items gefüllt haben, hören die auf zu leuchten. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Sobald die unterste Kiste und die beiden Hopper aufgefüllt sind und hier jetzt das nächste Item reinwandelt, geht die Lampe aus. Wir schauen uns das mal an, ihr könnt zum Beispiel jetzt hier auf die obere Kiste euren Einfüllstützen rein tun und sobald wir jetzt hier eine gewisse Anzahl an Items rein tun, sehen wir, dass diese sobald die hier in der Kiste angekommen sind, den Comparator zum Auslösen bringen und somit hier die Lampe deaktiviert wird. Das soll es schon vom Tutorial gewesen sein. Wenn dir das ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Abonnier-Button drückst. In Zukunft wird es auch wieder sicherlich interessante Tutorials geben und ansonsten Fragen, Wünschen, Verbesserungssträge, vorher schreibt die in die Kommentare. Ich versuche bestmöglich darauf einzugehen und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Tutorial.